hallo mein name ist martin rupp ich bin bleib fair monatssieger im april ich bin spieler vom tsv grübingen in der begegnung tsv grübingen gegen grübenkirch habe ich in der neunzigsten minute im schiedsrichter gesagt dass er ein gegebenes tor dass es kein tor war also dass es ein irregulärer pfiff war aus meiner sicht ich bin gut gestanden ungefähr eine halbe meter hinter dem ball der ball war klar nicht hinter der linie daraufhin habe ich zum schiedsrichter gesagt da er tor gepfiffen hat dass es kein tor war für mich hat sich das faire verhalten ausgezahlt und ich finde jeder spieler sollte fair auf dem sportplatz sein und wenn er faires verhalten sieht es auch dem wsv zu melden jeder ball zu martin so